Oh Gott, was passiert jetzt? Oh Gott, da ist der Kristall. So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Half-Life-Echos. Wir befinden uns mittlerweile in der letzten Sektion des Spiels, Sektion 9, nach dem Spiel dann an Echos. Letztes Mal die Filmsequenz mitbekommen, in der erzählt wurde, wie Freeman alles, also wie nicht alles durch Freeman verursacht wurde, sondern dass alles ein hinterlistiges Spiel vom G-Man war. Und wie jetzt anscheinend hier zu dieser finalen Sektion hingeleitet wurden, wir noch nicht genau wissen, was hier wirklich abgeht. Und Eli ist, glaube ich, auch hier und spielt eine große Rolle. Weiß aber noch nicht ganz, was hier jetzt wirklich Sache ist. We meet again. So nice to have you with us. Oh Gott. Wessen geht, war das Alex? Oh Gott. Oh Gott, was passiert jetzt? Oh Gott, da ist der Kristall. Get back here. What the hell have you died? Oh no, not this time. Um, pay attention. I'm only going to say this once. Prepare for unforeseen consequences. I'm going to say this once. 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 Musik 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 Musik